Hallo, mein Name ist Matthias, Matthias von MeinPersonaler, dein Personaler des Vertrauens. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist bei unserem Karrierevlog hier auf YouTube oder eben auch auf ländlejob.at. Um was geht es heute? Heute geht es um die Videobewerbung. Bleib dran, schalt nicht weg, ich freue mich auf dich. Bei immer mehr Unternehmen kommen sie zum Einsatz. Ob KMU, ob Großunternehmen, die Videointerviews werden mittlerweile von immer mehr Unternehmen, sei es jetzt irgendwie Microsoft oder große DAX-Konzerne in Deutschland oder eben auch hier bei uns in Österreich in Vorarlberg, einfach eingesetzt. Dies ist für viele Bewerber und Bewerberinnen eine richtige Stresssituation, was völlig normal ist, weil einfach niemand von uns es gewohnt ist, vor einem Videogerät zu sprechen. Vielmehr solltest du aber das als Chance des Videointerviews nehmen, weil einfach hier du mit einigen Eindrücken schon richtig punkten kannst. Ja, was machst du, wenn du zum Videointerview eingeladen wirst? Auf was du eben im Videointerview achten solltest, ist, wie du die Rekruten und die Rekrutinnen, die Experten in diesem Fachbereich einfach beeindrucken kannst. Hier sind meine Tipps für deine Videobewerbung. Sorge einmal für eine ruhige Atmosphäre. Nichts stört mehr, als wie Leute, die im Hintergrund durchs Bild laufen oder eben auch schreiende Kinder oder Hunde und Katzen, die dich während dem Interview vom Interview abhalten. Halte dich kurz und präzise. Mach im Vorfeld schon einen Techniktest. Probiere einfach einmal Mikro aus, die Kamera aus. Schau einfach auch, dass dein Internet stabil ist. Dreh vielleicht einmal im Hintergrund Netflix und das Ganze ab. Alles, was dir das Internet frisst, dass du einfach eine stabile Leitung hast. Schau einfach ein bisschen auch auf die Beleuchtung, dass einfach du gut ausgeleuchtet bist und nicht im Dunkeln sitzt. Schau auf die passende Umgebung, schau auf den passenden Hintergrund. Vielleicht macht ein Bücherregal mehr her, als wie ein Fernseher oder eine dreckige Küche. Achte auch beim Video darauf, dass du eine korrekte Körperhaltung hast, dass du jetzt auch nicht im Stuhl drinnen sitzt, wie Jack McClassic oder irgendwie verkrüppelt und verbogen auf dem Tisch rumlernst. Schau einfach auch, dass du den Blickkontakt hältst. Schau nicht weg von der Kamera, links oben runter. Schau nicht irgendwo im Fernsehen rein, ins Handy vielleicht noch. Zieh dich auch an, sodass es auch passt, so wie du dich auch in einem normalen Interview kleiden würdest. Weil einfach auch Kleider machen Leute, wenn du dich wohlfühlst, suggeriert das schon gleich auch in der Kamera dem gegenüber, denen gegenüber, dass du dich wohlfühlst. Und wichtig auch noch, sprich klar und deutlich, eben wenn du in Videobewerbung bist, kann es natürlich auch mal zu ein bisschen zu Ruckeln kommen und so weiter. Und wenn du einfach, je klarer du sprichst, umso einfacher versteht man dich dann einfach auch. Und wichtig ist einfach auch, Ruhe bewahren. Führe das Video in einer ruhigen Umgebung durch. Stelle einfach auch sicher, dass du einen ruhigen Raum hast, dass du nicht gestört wirst, dass du auch nicht abgelenkt wirst. Keinesfalls solltest du das Interview irgendwo in einer lärmbelästigten Zone raushauen, wo es dich dann vielleicht auch noch stresst oder wo du einfach auch zwischen zwei Terminen gerade bist. Also sprich, du musst da zum Zahnarzt, da hast du noch ein anderes Vorstellungsgespräch und dann schiebst du noch so ein Video, eine Videobewerbung rein, dann bist du einfach gestresst und das merkt man auch. Informiere einfach deine Mitbewohner, deine Familie, halt einfach die Leute, die mit dir wohnen, dass du die Absicht hast, jetzt ein Videointerview zu machen und dass jetzt einfach die nächsten Minuten, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, niemand dich stört, dass man auch die Türe aufmacht, wenn einmal der Bossbote davor steht und nicht irgendjemand dann runterschreit, mach die Türe auf, wieso mach denn dann jemand die Türe auf? Kommt natürlich beim Gegenüber, der nicht die Situation erkennt, wahrscheinlich ein bisschen komisch vor und kann mitunter nicht sich positiv auswirken für deine Bewerbung. Wichtig ist, halte dich kurz und präzise und sei dir einfach über deine Stärken und über deine Schwächen bewusst und habe dafür Argumente. Bereite dich einfach vor auf das Ganze, auf die Unternehmenskultur und wieso gerade du einfach für die passende Position passt. Es gibt auch die Möglichkeit, zeitversetzte Interviews zu führen und da ist es noch wichtiger, deine Antworten kurz und präzise zu halten, aber dennoch überzeugend vorzutragen. Oft ist bei dieser Art von Interviews nur eine kurze Vorbereitung und Antwortzeit gegeben, sodass es schon wirklich in der Vorbereitung alles schon drinnen steckt, dass du richtig knackig auf die Fragen auch antworten kannst. Die richtige Beleuchtung, natürlich die Lichtquellen so ausrichten, dass sie eben das richtige Licht, dass sie das richtige Licht auf dich werfen. Achte darauf, dass dein Gesicht einfach gut ausgeleuchtet ist. Das schafft Vertrauen beim Gegenüber. Meide dunkle Wände und Lichtquellen, dass die richtig ins Gesicht reinleuchten. Positioniere sie ein bisschen schräg, dass du schon ein bisschen Schatten im Gesicht hast, aber halt nicht zum Beispiel direkt vor dir hast und dann richtig auf Volumen raufhältst, dass einfach ein weißer Patch hast als Gesicht. Das kommt dann einfach auch nicht gut beim Vorstellungsgespräch, im Videogespräch. Sorge für die passende Umgebung. Bedenke einfach, dass dein potenzieller Arbeitgeber, Arbeitgeberin mit einem Videointerview einfach auch Einblicke in deine vier Wände bekommt. Das heißt, das ist ein Stück Privates von dir. Und ja, dann schau einfach, dass jetzt nicht irgendwo die lustigen Polster im Hintergrund hast, die irgendwelche Schmusi-Busi-Wörter drauf sind. Achte, dass einfach auch das im Hintergrund alles aufgeräumt ist, dass du dich nicht auf dem Küchentest sitzt und im Background hast du einfach eine dreckige Küche zum Beispiel oder dein Mitbewohner, Mitbewohnerin rennt hier mit der Unterhose dann noch einmal durch, weil sie gerade unsagbar viel Durst hat oder das Ketchup holen muss. Und das ist einfach wichtig. Einfach achte auch darauf, was für ein Unternehmen oder mit für ein Unternehmen du gerade sprichst. Wenn du zum Beispiel für einen Sportartikelhersteller sprichst und im Hintergrund hast du ein Poster irgendwo von einem Athleten, Athletin, die von einem anderen Sportartikel gesponsert wird, kommt das vielleicht nicht gut. Achte auf die korrekte Körperhaltung. Sitz aufrecht, halt die Arme auf dem Tisch. So vermeidest du einfach auch die nervösen Gestikulationen. Idealerweise sind dein Gesicht und dein Oberkörper in der Kamera zu sehen. Also Oberkörper natürlich bis zu einem gewissen Grad. Und beim Smartphone bietet es sich einfach jetzt oftmal auch an, direkt im Stehen das Ganze zu führen, dass einfach dein Smartphone irgendwie positioniert, sodass du stehen kannst und einfach hier auch im Stehen das Gespräch führen kannst, weil du einfach im Stehen schon eine ganz andere Ausstrahlung hast, als wie im Sitzen. Halte den Blickkontakt. Versuche so oft wie möglich, vor allem bei deinen Antworten in die Kamera und eben auch deinen Interviewpartner so mit in die Augen zu schauen. Als kleine Hilfe kannst du ein Foto dann auch mitnehmen eines fiktiven Gesprächspartners. Und das stellst du einfach hinter die Webcam, wenn du jetzt die Person nicht siehst oder wenn du einfach die, wie soll ich sagen, wenn du die Möglichkeit nicht hast, dass du deinen Gegenüber, dein Gegenüber auf dem Bildschirm siehst, wäre das auch eine Möglichkeit, dich einfach ein bisschen auch zu fokussieren. Ja, Dress to Impress heißt das immer so schön. Kleider machen, Leute. Es gilt einfach die gleiche Kleiderordnung wie beim klassischen Vorstellungsgespräch. Nicht zu Hause da mit einem T-Shirt rumsulzen, weil man jetzt einfach verbummelt hat, dass man in drei Minuten ein Vorstellungsgespräch hat, sondern wirklich schau drauf, dass du dich wohlfühlst. Und eben wenn auch der Rekruter es so sehen wird oder eben vielleicht auch nicht so sehen wird, wie du ganz gekleidet bist, ja, ich würde es dir nicht empfehlen. Die klassische Unterhose unter dem Hemd oder so irgendetwas. Es geht einfach darum, man fühlt sich auch oft einmal einfach gut so, wie man sich kleidet und darum hau dich einfach so vor den Bildschirm, wie du dich gut fühlst. Und das spiegelt das einfach ganz klar auch wieder. Sprich klar und deutlich. Achte darauf, dass du langsam und deutlich sprichst. Ein Vorteil einfach auch von zeitversetzten Videos ist einfach diese Möglichkeit, dass du vielleicht einen zweiten Anlauf aufmachen kannst, wenn einmal etwas nicht so hinhaut. Aber sei einfach immer dir bewusst, es kann einmal einfach sein, dass irgendwo durch eine Übertragung irgendwas verschluckt wird. Und wenn du einfach schon von Haus aus schon murmelst, dann geh vieles schon einfach unter, als wie du klar und deutlich versuchst zu sprechen. Geh einfach sicher, dass du nicht dem kompletten Straßenlärm irgendwie einen Kinderschrei ausgesetzt bist, ein Hundegebell oder dein Interview irgendwo neben einem Spielplatz oder einer Autobahn machst, wo dann einfach auch deine Akustik beeinflussen könnte. Und ganz wichtig, lass den Smile oben. Einfach denk daran, vor allem beim ersten Eindruck, bei der Videoaufzeichnung, hau dein Lächeln raus. So gibst du einfach dich als positive Persönlichkeit weiter und es spiegelt einfach auch deine Antworten und deine Rhetorik wieder, also richtig so positiv auch wieder. Ja, das war es von mir mit ein paar Eckdaten zur Videobewerbung, was ich dir so ein bisschen mitgebe für diese Videobewerbung. Ich hoffe, für dich war ein bisschen was dabei. Denk dran, bleib einfach positiv, setz dein Lächeln auf, hau dir eine gute Bekleidung rein, zieh dich schön an, einfach, dass du dich wohlfühlst. Das war es von mir, das waren meine Tipps für deine Videobewerbung. Wenn du noch mehr Fragen hast, melde dich gerne bei mir, lass einen Daumen oben hoch hier. Mein Name ist Matthias Matthias von MeinPersonaler, dein Personaler des Vertrauens und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, dein Karriere-Vlog hier auf YouTube oder LandleJob.at. in der ersten Stunde. AtmePersonal.at. Gname